Wir haben die Intensität des Spiels angenommen, sind dann in Führung gegangen und haben auch sehr gut auf den Ausgleich reagiert, sind drauf geblieben, haben dann schon, glaube ich, auch signalisiert, dass wir das Spiel gewinnen wollen. Ja, ein wichtiger Sieg für uns, ein guter Sieg, der uns eine Menge Vertrauen geben sollte, Energie, wir wollen da dranbleiben, wir wollen natürlich auch Dinge verbessern, das ist klar, aber so können wir mit dem Start in die Woche oder in die Wochen vor Weihnachten ganz gut leben. Borussia Dortmund, hohe Erwartungen an uns selber, hohe Erwartungen außenrum an uns und wir haben das Ergebnis gestern wahrgenommen, haben heute unser Spiel gewonnen, das war das Entscheidende, sind jetzt oben dran und wir wollen oben dranbleiben.